Musik Hallo Lieben, herzlich willkommen bei meinem Kanal. Heute haben wir eine neue Geschichte mit Peppa Wutz. Peppa und Mama Wutz warten wie jeden Tag den Schulbus. Schau mal Peppa, da kommt Frau Mümel. Hurra, ich kann kaum erwarten zur Schule zu gehen. Bis später Mama. Tschüss Peppa. Guten Morgen Frau Mümel. Guten Morgen. Sie sind mit Neuseinil. Schaut mal was für eine große Pfütze Und es ist in Mitte der Weg Das kann nicht wahr sein Wir sind steckern geblieben Hallo Opa Hund Ich brauche Ihre Hilfe Hallo Frau Mümmerl Was ist denn passiert? Oh, eine große Pfütze Ich muss den Bus abschleppen Danke Opa Hund Sie haben mich gerettet Gern geschehen Ich bin glücklich Jetzt könnt ihr weiterfahren Oh oh, etwas ist schief gelaufen Der Motor geht nicht mehr Ich muss den Bus zum Autowerkstatt bringen Oh je, wir werden zur Schule verspättern Kinder, ihr werdet heute mit Opa Wutz zur Schule gehen Hallo, Opa Wutz, ich brauche Ihre Hilfe Hallo Kinder Lasst uns in den Zug aufsteigen Miau Schöpfe Jun Uh oh Man Guten Morgen, Madame Gazelle! Guten Morgen! Kinder, wir werden heute Übungen bei Mathematik machen. Aha, ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Es liegt ganz unten an dem Motor. Die Schule ist fertig. Bis morgen! Papa! Das war's für heute. Vielen Dank für das Ansehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, vergiss nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben und sich an meinen Kanal zu abonnieren. Bis nächstes Mal. Tschüss!